Es fällt aus wie zuletzt auch Simon Jentsch, Paul Verhag, Dominik Reinhardt, Jan Moravec und Matthias Osschulek mit seinen Muskelfasen, der nicht dabei ist und es ist neu, Basti Langkamp, der Probleme hat mit der Muskulatur, der wird heute in München nochmal untersucht, da wissen wir noch nicht endgültig Bescheid. Positiv ist Thorsten Oerl, er wird im Kader stehen, obwohl er auch nur heute trainiert hat, er hat die letzten Tage pausiert und war fraglich, aber er hat das Abschlusstraining heute früh gut überstanden, von daher wird er mit im Kader stehen. Ja, das stimmt, dass wir gerade in der defensiven Reihe durch die vielen Verletzungen, gerade hinten rechts, wo wir sehr verletzungsgeplagt sind, dadurch muss ja Vogt schon nach rechts, der im Zentrum dann fehlt, also defensiv fehlen die großen Alternativen, das stimmt, aber De Jong wird Osschulek ersetzen und im Zentrum werden wir so spielen, wie wir es auch in den letzten Spielen gemacht haben oder im letzten Spiel zu Hause gegen Freiburg mit Sanko und Klavan und dadurch ist es natürlich so, dass die Bank mit defensiven Spielern sehr dünn besetzt ist. Es ist klar, um was es geht, wir treffen auf Bayern München, die souverän Tabellenführer sind, die gerade auswärts mit 18 zu 1 Toren, 19 Punkten in sieben Spielen, sehr, sehr beeindruckend dastehen, überhaupt sehr gute Saisonspielen, aber sie haben einen unentschieden und das war in Nürnberg mit 1 zu 1, da hat man gesehen, dass man durchaus auch punkten kann und wenn ich mich an das Spiel in Nürnberg erinnere, haben wir dort 0 zu 0 gespielt, waren dem Sieg näher. Das heißt, wenn Nürnberg es kann gegen Bayern zu punkten, dann können wir es auch und es ist in einem Spiel in 90 Minuten immer alles möglich, wir werden alles geben, wir werden uns mit Haut und Haaren wehren, wir werden uns sehr teuer verkaufen, ich sage, man kann auch gegen Bayern München gewinnen, wenn im Pokal es immer wieder möglich ist, dass er Drittligist, ein Erstligist und schlägt, dann ist es auch morgen möglich, auch wenn Bayern ganz klar mit ihren sehr, sehr guten Einzelspielern da ganz klarer Favorit ist, aber wir werden alles geben, wir werden zusammenhalten und in 90 Minuten und so teuer wie möglich verkaufen. In der Bundesliga sind alle Spiele sehr, sehr eng, wenn wir morgen es schaffen, die glücklichen Momente für uns zu entscheiden, dann ist alles möglich, auch wenn es uns keiner zutraut und wie gesagt, selbst wenn wir unentschieden spielen, dann wäre es ein richtiges Ausrufezeichen, das der FC Augsburg morgen setzen könnte und auf das hoffen wir. Wir werden, oder ich verspreche, dass wir alles geben, dass wir tausendprozentig motiviert sind, das ist eh klar und dann freuen wir uns einfach auf das Spiel und zum Schluss sehen wir, wie es ausgeht. Naja, Druck ist immer da, wir wollen morgen gut aussehen, wir wollen gut spielen, wir wollen endlich agieren, wie wir es gegen Dortmund auch gemacht haben, wo wir, finde ich, in den ersten 45 Minuten oder fast 60 Minuten bis zu dem zweiten Tor der Spitzenmannschaft oder der zweiten großen Spitzenmannschaft in Deutschland ebenbürtig waren, nur durch die individuelle Klasse von Reus da eben in Rückstand geraten sind. Von daher wissen wir, dass wir auch gegen gute Mannschaften gut aussehen können, also wir brauchen natürlich ein besseres Ergebnis, das ist klar, oder das ist das Ziel. In 90 Minuten ist klar, dass Bayern Favorit ist, aber man hat immer was zu verlieren, der Spruch, da haben wir wenig zu verlieren oder nichts zu verlieren, der zählt für mich nicht, wir wollen morgen gut aussehen und wenn es geht, punkten. Wir dürfen uns natürlich nicht so passiv verhalten oder nur zu tief stehen und zu tief werden, wenn Bayern mit ihrer individuellen Klasse nur in unserem Sechzehner oder rund um unseren Sechzehner ist, dann ist es sehr, sehr schwer zu verteidigen, weil sie immer in der Lage sind, egal durch wen, im Eins gegen Eins da für Gefahr zu sorgen und sie einige Spieler haben, die mit ihren Offensivqualitäten ein Spiel alleine entscheiden können. Von daher ist es wichtig, Bayern München vom eigenen Sechzehner, vom eigenen Tor wegzuhalten und das ist das Beste durch den oder am einfachsten durch den eigenen Ballbesitz. Das heißt, wenn wir den Ball haben, dann dürfen wir ihn nicht so schnell wieder verlieren. Wir müssen Stationen spielen, wir müssen uns zutrauen, eben Fußball zu spielen, selber aktiv zu sein und selbst für Aktionen zu sorgen. Und das ist die große Kunst. Es ist klar, dass Bayern in der Saison häufig früh in Führung gegangen ist und dann auch hoch gewonnen hat. Das gilt es morgen einfach zu vermeiden. Ja, jetzt haben sie mich gerade geschockt, weil ich eigentlich der Meinung war, das passiert morgen nicht nochmal. Es ist in meinen Augen, ich habe am Samstag auch mich umgedreht und zu unserem Stadionsprecher gesagt, wie lange dauert das noch? Ich wusste, dass das zwölf Minuten ist, aber es ist klar, dass wir eine Mannschaft haben oder jede Mannschaft braucht die Unterstützung der Fans. Und ich habe Verständnis für die Fans, wenn sie da jetzt ein Zeichen setzen und das überall so passiert. Aber für uns als Mannschaft wäre es natürlich sehr förderlich, wenn das nicht so wäre, weil gerade die Unterstützung zu Beginn von Anfang an, wir haben ja das Ziel, die Zuschauer da gerade in den ersten Minuten hinter uns zu bringen und da tut es gut, wenn man die Fans dann auch hört und spürt. Von daher waren es gegen Freiburg zwölf sehr lange Minuten für uns. Aber nach zwölf Minuten waren sie ja dann da, aber ich hoffe, dass wir das morgen auch so gut überstehen in der Anfangsphase ohne unsere Zuschauer. Es suchen jetzt 50 Vereine, Spieler oder das ist Tagesgeschäft für den Bereich, den ich zu verantworten habe, Spieler anzuschauen. Da geht es ja nicht nur um den Winter, da geht es auch schon um die nächste Saison, da laufen Verträge aus, man bekommt was angeboten. Es geht einfach um Prüfungen, um Recherche, um Auswahl, dass wir auf der rechten Position hinten ein Defizit haben, ist bekannt. Also schaut man sich auch die Kandidaten an. Wir haben auch vor ein paar Wochen, als die beiden Verletzungen von Verhaag und Reinhardt passiert sind, alle, die vereinslos sind, geprüft, die zu kriegen waren und haben mit denen Kontakt aufgenommen. Also wir hätten uns auch vorstellen können, vor vier Wochen, vor sechs Wochen einen zu holen. Das hat sich nicht realisieren lassen. Und jetzt möchten wir uns einfach zur Rückrunde so gut aufstellen, dass wir am 18. Januar mit voller Kraft das auch wieder angehen können. Aber wie lange das jetzt dauert, um Vollzug melden zu können, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Positionen sind ausgeguckt, die Kandidaten sind ausgeguckt und jetzt läuft das lustige Verhandeln. Die Positionen sind ausgeguckt, die Kandidaten sind ausgeguckt und jetzt wird das lustige Verhandeln. Untertitelung des ZDF, 2020